weiter geht es mit einer neuen folge Farquay 5 und wir machen in dieser Folge das nächste Versteck und holen uns dann den Puma der voller Bliss ist und das Versteck befindet sich hier das nächste wo wir hinwollen in der letzten Folge haben wir ja den Marschall gerettet vom Bliss Mal gucken ob er das überlebt Wer sieht mich jetzt hier schon wieder? Hä? Wer sieht mich denn hier? Blinden Gott Hallo? Hallo? Boah, lass mich doch mal bitte durch das kommt hier nicht durch muss ich hier echt außen rum gehen oder wie? So ist das so Strom benötigt Strom benötigt Strom benötigt Strom benötigt Strom benötigt Strom benötigt Ähm, lesen Strom benötigt 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 Oh, hier, ok. Äh, warten wir. Soll ich die Seilrutsche hier nutzen, oder was? Ja, aber dann. Das klingt doch gar nix, oder? Aber warte mal, komm ich hier rein? Ne, ne? Ne. Ähm, ja. Hier komm ich auch nicht durch. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Ich muss hier hier irgendwie... So, warte mal. Wir gehen doch mal hier rum. Und dann hier vielleicht irgendwie... Warte mal, da stimmt doch grad irgendwie klettern, oder? Warte, ich versuch's nochmal. Wo ist das Ziel? Kein Sichtkontakt! Wo war circa das Fenster? Hier, ne? Ah, ne, jetzt kann man, glaube ich nicht. Da kommt man auch nicht hoch. Was ist, wenn nicht? Da kommt man auch nicht hoch. Was ist, wenn nicht? Ich muss ja hier irgendwie ins Haus, oder was? Was ist denn das hier? Wieso geht's da nicht weiter? Ja. Ähm. Ah, so ein Geisterhaus. Leckerli, okay. Okay. Komm ich hier irgendwie hoch? Ne, ne? Ähm, warte mal. Hier ist auch kein Durchgang, ne? Ne. Ah, ich weiß wie. Oh Gott, wie würde ich das mal nicht vorher drauf bekommen? Das ist ja ganz einfach. Hier. Und dann hier. Okay, Freunde. Das war dumm. Das war echt dumm. Oh, Mann, 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 Mann. So was geil ist da aus. Alles klar. Das wird lustig. Das wird lustig. Wow. Okay, die kann man nicht abknallen. So, wo links muss ich denn? So, ne, hier war schon richtig, oder? Hallo? Ah, hier geht's weiter. Wo, 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 Kumpel. Ah, das ist schon cool das Versteck hier. Oh, mein Gott. Okay. Was war das? Oh mein Gott. Das war schon cool. Auf jeden Fall, doch. Das war einfach der coolste Verstecke. Okay. Wo sind denn jetzt hier die... Leckerlis? Okay, Clown. Und roter Luftballon. Alles klar. Ich glaub, das soll... ...ne Anspielung... ...auf den Film... ...es sein. Kann ich mir gut vorstellen. Wieso kann ich das jetzt hier nicht nehmen? Okay. War's das? Ja, ne? So, ja. Clowns Gedanken. Alles klar, S. Gut, geht's weiter hier hin. Okay. Oh, come on. okay danke Puma genau ich nicht kommen sehen so rum wir hier längst lebe ich habe auch kein Auto irgendwie das heißt wir müssen jetzt hier ein bisschen rumwandeln was haben wir denn hier was ist das egal gibt und erst mal nicht wir haben anderes zu tun wir wollen Puma fangen wir wurden ein Puma fangen hier durch das dauert jetzt noch ein bisschen so hier drüben ne ich glaube nicht falsch warte mal was war das ist kein Schwarzbär ne ist das ein Schwarzbär? ne 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 es war kein Schwarzbär schade warte mal ich nehme denn mal auf jeden Fall sie hier wieder mit wo ist sie? ich komme sobald ich kann da ist sie im Suchgebiet so wo ist er denn? da und jetzt ist er wieder da oben? ok was will er denn von uns? hä? jetzt unterstehre? ja warte 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 ja du sagst es du sagst es warte mal ja das ist er jetzt der letzte macht wir haben es sehr schön plündern Puma haut 4 und wir gehen jetzt ins Jagdgebiet und zwar hier hin Pfeil und Bogen oh Gott bin ich drauf oh mein Gott oh mein Gott kann man so drauf sein ey so wir müssen jetzt den Bären jahren denn ich will mit der Ärzte-Mission eigentlich gerne weiterkommen warte mal ok er vorne die Folge wird vielleicht ein bisschen langweilig heute weil wir ich will halt diese Bären Mission auf jeden Fall machen warte mal wir wählen auf jeden Fall nochmal diese Mission einmal aus das Warte mal Mission da da wo Peppys oder was ist da drüben? nix ne? nix also interessiert sind sie auch nicht Lady sie sind hier schon wieder so ein dummer Hubschrauber oder was der ist ja mit der die ganze Jagd versaut da ja ne oh man so wir sind aber gleich da da ist ein Schwarzbär da ist ein Schwarzbär da ist ein Schwarzbär hey Kumpel Kumpel nicht wegrennen dich brauche ich oh ne wieso denn jetzt ein Bison das ist jetzt nervig wenn ich wenn ich kein Schwarzbär finden sollte weil die sich dauernd umwandeln das wäre extrem nervig so wir müssten ja gleich da sein oder warte mal ja dann drüben was war das jetzt er haut ab ja alter was wieso wieso bitte doch überhaupt nicht hoch oder Freunde war das hoch da ist ein Schwarzbär da ist ein Schwarzbär so retten die mich noch oder ja schlapper mich zurück ins Leben bitte du sollst nicht essen du sollst mich ah geht doch da ist ein Schwarzbär da ist ein Schwarzbär da ist habe ich es geschafft ok warte mal wir müssen den Puma der Puma muss weg freilassen es muss sich alles ändern du bist nicht der für den ich so Schwarzbären scheiße so wir brauchen jetzt ein Schwarzbären denn was schön wenn hier mal einer kommt Schwarzbär Ja, die sind schon alle tot. Oh, komm, 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 hab ich's? Bitte. Jawohl, die Hams. Gut, Labor erreichen. Die Hams, Freunde. Das ist ja gar nicht so weit, ne? Das ist ja gar nicht so weit. Jawohl, Freunde. Dann haben wir in dieser Folge doch einiges geschafft. Den Schatz geholt und... Wir sind Händler, ne? Ey, warte mal, ich will den Puma auf jeden Fall wiederholen. Ja, haben wir doch einiges geschafft eigentlich, oder? In dieser Folge... Gut, und dann laufen wir mit großen Schritten aufs Finale, würde ich sagen, drauf zu. Ja, und großen Schritten kann man noch nicht sagen. Ein kleineren... Ein paar Mösten haben wir denn doch noch die machen müssen. Die haben wir denn noch auf dem Fall abgeschlossen. So... Puma ist auch wieder am Start. Äh... So. So. So hab ich mir meine letzten Tage auf Erden nicht vorgestellt. Ne? So, einmal rauf. Hallo. Nette Miete. Nette Miete, ja. Da. Wir alle hier stehen hinter dir. Ich weiß, Kumpel, danke. Wie komme ich jetzt hier rein? Hier nicht. Ähm... Warte mal, warte mal. Hier geht's rein. Hallo Mister. Hallo Mister. Rein da. Du bist da. Du bist da. Ich bin's. Hast du alles? Ja. War es schwierig, das Zeug zu finden? Nö. Ich hatte bestimmt Monate gebraucht. Nö. Diese Angels von Faith könnten ebenso gut Zombies sein. Wenn man einmal so viel Bliss Intus hat, gibt's kein Zurück mehr. Aber mit diesem Zeug hier können wir sie einfach zusammentreiben und wegsperren. Meinst du, dass du, sobald es fertig ist, einen, äh, Feldversuch starten könntest? Ich bin sicher, dass es funktioniert. Also, 95% sicher. Aber wir sollten es trotzdem testen. Gut. Erzliche Anweisung abgeschlossen. Sehr schön. Ähm... Gott, was machen wir als nächstes? Als nächstes. Karte. Was sagt die Karte? Wir haben hier noch eine Mission. Ach, wir müssen wieder nach dahin. Okay. Okay. Sag das doch, Kumpel. Was hast du für uns. Ich hab in letzter Zeit wenig richtig gemacht. Aber das wird sich jetzt ändern. Wir müssen es nur testen und sicher gehen, dass es wirkt. Die Sekte nutzt die Angels, um die Bliss Pflanzen auf den umliegenden Farmen zu ernten. Da könnten wir es ausprobieren. Diese Wesen rasten schnell aus. Schleich dich also rein, leg den Köder aus und begib dich in Sicherheit. Ich bin zu, äh, naja, 75% sicher, dass die Formel passt. Also, du weißt schon. Sei vorsichtig. Ich hör die Leute immer über Munitionsknappheit jammern und ... Dafür sind wir bereit für einen Tesla. Der Köder ist fertig. Nimm ihn. Er, äh, riecht, naja, ziemlich streng. Ich weiß. Ich weiß. Aber das lockt die Angels an. Ich bin sicher, dass es funktioniert. Also, du hast eine bessere ... Okay. Ähm. 409 Meter abaut. Okay. Hey, Fluffy. Gut. Und dir? Keine Zeit. Ich muss Experimente durchführen. Ich muss Experimente durchführen. Erreiche die Farmen. Ähm, ja, warte mal. Geben wir hier außen rum? Ich denke schon, ne? Was war das? Auch durch den Fluss. Durch den Drogenfluss. So, Freunde. In der nächsten Folge geht's weiter. Da wissen wir denn, was uns in der Farm erwartet. Wenn ihr wieder einschaltet, lasst eine Bewertung da. Das würde diesem Kanal helfen. Mir auch. Und ja. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Töch. Tschüss. Schnellen.